Die Problemstellen beim Pflegen sind einmal hinter den Ohren, da gehe ich mit einem Firminator ran, aufpassen mit den Augen, dass sie sich nicht plötzlich umdrehen und ihr die Augen in der Hand habt, beziehungsweise auf der Bürste, dann die Ohren von innen, hier auch einmal mit dem Firminator, ein Pekingese fusselt quasi bei jeder Bürsterei, dann hat man das Problem hier hinten zwischen den Beinen, sie macht das alles ganz artig mit und wenn man die Füße nicht ausgeschoben hat, dann kann man bei ihr ganz deutlich sehen, wie viel Dreck da dran ist, die war jetzt erst schön im Garten und dann im Katzenklo mit Katzenstreu. Ich zeige euch gleich, wie es dann nachher gepflegt aussieht. Hier ist eine weitere Problemstelle um die Füße rum, weil da läuft der Hund und das scheuert, da müsst ihr immer genau darauf achten, dass das alles ordentlich und sauber ist und am Po müsst ihr auch aufpassen, dass ihr da nicht am Po-Loch hängen bleibt mit irgendwelchen Bürsten. Also Runde 1 kennt ihr ja schon, Firminator, dann Zackenkamm und dann mit der Mason Parsen habt ihr vorgearbeitet, einmal gucken, wie viel Fell ausgeht. Also bereits an der Mason Parsen könnt ihr sehen, wie doll sie diesmal wieder fusselt, Pekingese-Style. Ja, viel Haare in der Kombination mit klebrigem Katzenstreu. Wir haben eine Katzentoilette stehen bei meiner Hündin Amelie. Immer noch das Katzenklo benutzt, sie ist damals mit Katzen groß geworden. So, 10 Minuten später. Der Eugen hat sowieso keinen Bock mehr. Ist sie einmal durchgebürstet und hat wieder vernünftige Pfötchen, sodass man die Haare auch zwischen den Pfotenballen stehen lassen kann. Da müsst ihr genau darauf achten, wenn die nicht ausgeschoren sind, dass sich da kein Dreck bildet.